Guten Tag und herzlich willkommen zu Hearthstone. Ich habe mir jemanden mitgenommen. Und zwar Julia Trim. Die rührt sich mal wieder nicht. Das finde ich auch super. Ja, ihr hört mich ein bisschen anders heute. Aber es gibt so ein kleines Problem, dass unsere Beziehung sehr, sehr emotional stresst. Wir haben nur ein gutes Mikrofon und das gehört leider nicht mir. Ja, deswegen muss ich auch die Soundstärke nochmal ein bisschen zurückdrehen. Besser so. Nicht, dass du nicht zu hören bist, das wäre ja schade. So, und wir betteln uns ein bisschen. Ja, bei dieser Mikrofonqualität wäre das so scheißegal. Au, die ist schon echt grausam, um ehrlich zu sein. Tut mir leid. Naja, vielleicht scheißt uns ja mal der Goldesel mitten im Hausgang. Genau. Und dann können wir mal ein zweites gutes Mikro holen. Genau. Genau, gut. Ja, wir haben uns gedacht, wir zocken ein bisschen Hearthstone gegeneinander. Weil wir spielen jetzt seit noch nicht einer Woche, oder? Ja, genau. Sonntag haben wir angefangen, heute haben wir Freitag. Ja, genau. Und wir haben nur die Basisdecks. Wir haben uns selber noch nichts zusammengestellt. Wir haben noch nicht jeden Charakter bis Level 10 gespielt, bis du überhaupt mal alle Basiskarten hast. Deswegen nur die Grunddecks. Wir haben auch kein Geld bisher dafür ausgegeben wollen, weil eigentlich auch gar nicht wirklich... Nee. Ja, dann haben wir gedacht, scheiß der Hund drauf, wir nehmen jetzt einfach mal auf. Ja, ich schicke dir schon mal eine Einladung. Oh mein Gott. Herausforderung. Ja, natürlich. Ihr Hund zu dem G muss mit herausgeforderte Herausforderung annehmen. Nein. So, was? Du hast abgelehnt? Was soll denn jetzt der Scheiß? Hier, noch eine. Ich hau dich mit dem imaginären Federhandschuh. Oh meine Güte. So, welchen von den neuen nehmen wir denn? Ich weiß schon, wen ich nehme. Ich hab ja meinen Liebling. Deinen Liebling? Ja, ich hab einen Liebling. Ich versuch deinen Liebling mit einem Schurken zu töten. Ich brauche ja eh für die Daily Quest brauche ich ja sowieso zwei Siege mit einem Schurken. Ich weiß nicht, ob die Freundschaftsspiele da mit reinspielen oder nicht. Ja, die meine ich zählen schon. Die zählen schon. Ich liebe ja den Jäger. Ich liebe den Jäger sowas von. Ach, mit Valera, du kämpfst mit einer Frau. Natürlich. Ich bin der Frau. Aha. 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 So, die Karten sehen für den Anfang ziemlich gut aus. Da tausche ich nichts aus. Oder nee? Ich bin Yeste. Die haut raus. Ja, dann tausche ich lieber doch aus, wenn ich Erste bin. Ja, ja, ja. Mit dem kann man sogar noch besser leben. Ah, und noch so einen kleinen Kristall dazu. Geil. It's a matching. It's a matching. Ja, ich zerdrücke mal ein paar Kürbisse. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Und schlag den Gong. Für die erste Runde. Ja, ja, gleich mit Ansturm. Ist schon klar. Ja. Ist schon klar, ne? Ja, wir haben ja schon mal zweimal gegeneinander gespielt vor zwei Tagen. Dreimal. Zweimal. Dreimal. Das dritte Mal hab ich doch nicht gesehen, dass du mir eine Anfrage geschickt hast, oder? Stimmt, weil du ja jedes Mal komplett rausgehst, statt einen Charakter zu wählen und dann auf Spiel starten drücken. Ach so, ich sollte fertig klicken, ne? Ja, wär nicht schlecht. Ich war schon fertig. Ach so. Entschuldigt bitte. Ja, komm vor. So. Ich hau den hier raus. Hau deinen Eber erstmal weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr Hearthstone kennt. Hearthstone ist ja aus dem Warcraft-Universum heraus irgendwie entstanden und läuft über Battlelog und wurde ja hochgehypt ohne Ende. Alle wollten sie Beta-Keys haben, um das Spiel endlich spielen zu können. Genau. Ist ja nett. So, ich greif dich mal ein bisschen an. Hey, du schadest mir ja. Ja, Wahnsinn. Ja, natürlich. Mit dem Schurken muss man da offensiv reingehen. Direkt von Anfang Lebenspunkte wegziehen. Nicht so wie der Schamane. Erstmal abwarten und riesige Karten ziehen. Ach stimmt. Ja, weil du hattest ja mit dem Schamanen gespielt. Das ist ja ein bisschen nach hinten losgegangen. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben, ne Schatz? Von zwei Spielen habe ich ihn beide Male kaputt gemacht und bin mit vollen Lebenspunkten rausgegangen, weil er mir kein einziges Mal geschadet hat. Das fand ich klasse. Ja, ich habe ja auch nicht Karten wirklich gekriegt. Ja, 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 ja. Ist so, ist so. Das ist keine faule Ausrede. So, ich hole mir einen Dolch und erweiter den gleich mal um zwei. Aha. Aha. Hau dir mal auf die Komme. Und gleich nochmal. So, fertig. Mhm. Ich weiß. Wolltest du mit deiner 1-1 nicht angreifen? Nö, wieso? Wieso? Ich hoffe. Bringt man ja gegen deine Karten nicht wirklich was. Verstehst du? Das ist ein bisschen mir wurscht. Ja. Mir wurscht. Ja, gut. Mir wurscht. Weil du erledigst es ja eh. Ich kenne dich doch. Du willst sofort meine Karten irgendwie loswerden. Teilweise ja. Ja, also, also habe ich einen Schaden mehr ausgeteilt, weil ich abwarten konnte, ne? Aha. So, ich hau hier eine Karte raus und ziehe dafür noch eine Karte. Oh, sogar sehr nett. Gnomische Erfinderin. Ja, die ist super. Was die alles erfindet. So, ich hau dir nochmal auf die Ömme. Er weiß, was ich dazu sage. Was denn? Ich bringe euch zur Strecke. Ui. Ich sag mal. Danke. Boah. Der muss es sein. Der muss es sein. So, ich mach mal die Tür auf da hinten. Dass ein bisschen gelüftet wird. Kein gültiges Ziel. Jaja, du mich auch. Mach mal das hier. So. Oho. Ein 4x4-Spot. Jetzt mach mal mal. Jetzt mach mal da mal. Ja, dann mach mal. Jetzt mach mal da mal. 18 Lebenspunkte. Oho. Aber du hast nur noch 20. Ja. Ja. Jetzt sind zwei mehr wie du hast. Schön. Wir haben uns lieb. Ich würde dich so fertig machen. So. Was mach ich denn? Ich hab gute Karten eigentlich. Du könntest aufgeben. Genau, mein Charakter sagt's. Das kann ich nicht tun. Ach so. Einen Unverletzten. Dann hier. So. Scheiß auf den Eber. Hauptsache der ist weg. Äh. Ach okay. Ja. Aber wenn du schon minus 2 Schaden machen kannst, warum dann auf den Eber? Warum nicht auf den mit 4 Lebenspunkten. Äh, mit 4 Angriffspunkten. Weil er dann nicht weg ist. Ja, trotzdem. Ja, ich freu mich. Ja, dann freu dich. Juhu. Ich bin sicher. So. So. Und hier nochmal. Was heißt hier? So. Gut. Hm. Los geht's. Nee. 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 Dumme Idee. Sehr dumme Idee. Mhm. Ja, ich hau einfach mal drauf. Ist ja Wurst. Mhm. Dass 2 Lebenspunkte schon mal weg sind. Das freut mich jetzt. Das fand ich jetzt ganz klasse, dass du das gemacht hast. Mhm. Weil da mach ich jetzt den hier. Zack. Ja, dann machst du halt du mit deinem 2 Schaden. Ist mir auch Wurst. Dann gehen wir da voll auf die Lebenspunkte und dann sind wir halt nur noch bei 8. Ja. Ja, das sehe ich noch relativ easy. Das ist so. Na, wie ist es denn so, von einer Frau geschlagen zu werden? Ach, relativ angenehm. Du stehst drauf. Natürlich. Ich stehe vollkommen drauf. Da. Uh. Uh. Drei. Hey, Lebenspunkteabzug. Ach, da meine Güte. So, Hilfe, Hilfe, so, Hilfe, so, Hilfe, mir doch. So, das hilft mir irgendwie alles nix. Ja. Alles, was ich hier aufs Feld führen würde, hilft mir gar nix. Ich hab einfach keine Karten. Ja, aber weißt du, was das Geile ist? Vielleicht krieg ich ja eine. Du müsstest jetzt schon einen gewaltigen Rundumschlag machen, weil sonst bist du in der nächsten Runde sowieso hin, wenn ich am Züchtern. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Ich hab gar nix gekriegt. Mhm. Das ist ein feuchter Scheißdreck, so. Da hau ich mir selber viel rein. Da geht's zumindest schneller. Komm, hau mir rein. Okay. Jetzt pass auf. Mach kurz und schmerzlos. Den da. Und dann nehmen wir den da. Du musst ihn noch x Karten auf dem Feld führen. Und dann nehmen wir den da. Ah, cool. Dann nehmen wir den da. Nett. Und dann nehmen wir... Ah, nehmen wir den da. Ich hab ja noch insgeheim auf die Karte gehofft, die ich gezogen hab. Aber... Oder die ich gezogen hab. Yay! Aber irgendwie... Ich komm... Jägermäßig... Die... Die haben nur niedrige... Oder... Nicht jägermäßig. Beim Schurken. Die haben nur niedrige Spottkarten. Das find ich immer irgendwie ein bisschen kacke. So... Wem nehm ich denn jetzt? Oh, ich bleib doch bei meinem Jäger. Ah, ich... Ich beiß mir nochmal mit dem Schaimane in die Zähne aus. Ach so, ich könnte da drin bleiben und du kämpfst direkt weiter. Ich muss dann dir gar nichts mehr nehmen. Genau. Ja! Diese Technik. Ja, wir haben ja gesagt, best of free, ne? Schatze, du bist jetzt am Zugzwang. Ja, ja. Ich bin sowieso am Zug. Ich bestätige mal. Bist im Zugzwang. Ja, ich auch. Die Karten, die bleiben. Ja, die find ich angenehm. Oh, mit den Schurken. Oh, oh. Jetzt am Arzing, jetzt am Arzing. So eine Karte direkt zum Anfang ist natürlich krass. Das muss gar nicht unbedingt sein. Ja, das hatte ich auch. Was ich dann gekriegt hab. Ne, ne, ich mein nicht den Eber, sondern was ich jetzt gerade gezogen hab. Och ja, jetzt muss ich mal da überlegen. Dann überleg mal. Ja. Geh dir das ruhig durch den Kopf. Oh, super. Super. Und dann krieg ich wieder nichts auf die Hand. Aber zum Glück kann ich den hier machen. Oh, wie knuffig. Ja. Ein Toter. Reicht mir. Reicht mir. Finde ich super. Oh, Mann. Das ist knuffig. Ja, ich kann auch... Was macht denn das? Was hat denn das da gemacht? Ah, das macht ein bisschen was. Ach, stellt am Ende eures Zuges da allen befreundeten Dienern ein Leben her. Mhm. Aha. Ja, wenn der Eber mehr als ein Leben hätte, würde es auch was bringen. Ui, meiner Kristall. Ui, haust du mir meinen Eber weg? Und tschüss. Ja, mein armer Eber. Oh. So, was mache ich denn? Da lacht sogar die Katze. Da lacht sogar die Katze. Die Katze. So, ich mach den hier. Und... Hau da drauf. Boah. Boah. Du Grobian. Ich mach mit Schamanen Schaden. Glaubst du es nicht? Schlecht. Schlecht, ja. So, jetzt pass mal auf. Wollen wir die Karten schon ausspielen? Ja, ich denke, diese Karte spielen wir schon mal aus. Boah, kenn ich irgendwo hier. Dann hau ich den Deppen da erstmal weg, weil da geht man den Cent auf die Eierstücke. Ja, das wär aber auch ohne... Ne? Boost gegangen. Ja, ich weiß. Ja, du weißt. Aber du haust mir jetzt einen von beiden weg, ne? Ja. Ich weiß auch wie. Ich weiß auch welchen. Welchen denn? Sag ich nicht. Kostet meinen Stahl. Ja. Uh. So. Was mach ich jetzt? Ich beschwör einen Totem und hoffe auf das richtige... Ja! Das richtige Totem. Perfekt. Perfekt. Ein Sporttotem. Ja. Und das meinst du, das hilft dir, um zu gewinnen? Ach, es bringt mir Zeit. Und übrigens, dein Zwerg ist eingefroren. Der kann sowieso nichts machen. Ja, ich weiß. Ich sag's dir nur. Ich weiß. So als kleine Info. Ich weiß. Falls du es vergessen hast. Na. Oh, putz dich dein Dino. Das auch? Noch ein Dino. Noch ein Dino. Cool. Ja, ja. Dino Parade. Ich hab ja schon wieder die richtigen Karten auf der Hand, also von daher. Ach so. Ja, dann passt's ja. Naja, optimal. Dann passt's ja. Das Dingo. Ja, haha. Hm. 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 Ich sag mal fertig. Okay. Ah, ja. Hört schon mal gut aus. Oh, Schatz, ich hab deine Lieblingskarte übrigens im Petto. Die magst du doch so gerne. Oh, schön. Die magst du doch so gerne. Stört mich noch wenig, Schatz. Stört mich noch wenig. Das freut mich. Naja. Darfst du raten, ja, äh, darf ich raten, die hast du zweimal im Deck drin. Ja. Ist klar, beim Basis-Deck ist es normal, dass solche Karten... Oh. Oh, drei Lebenspunkte nochmal gekriegt. Oder wie? Irgendwie so? Hm, nee, ich darf mir drei Karten. Drei Karten von meinem Deck und ich suche mir eine aus. Nehmen wir die hier. Sehr schön. Hm, hm. Schatz, kann es sein, dass du schon wieder keine Karten mehr auf deiner Seite liegen hast? Ach, ich hab schon noch Karten. Wieso? Aber keine da liegen. Ja, und? Na, und? Och, knuffig. Ja. Sag ich fertig. Mehr geht nicht. Okay. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Einmal das hier. Und dann das hier. Ach, ein Beber. Und das hier. Und das hier. Okay. Und dann geht's wieder auf die Lebenspunkte. Ja, viel Spaß damit. Na, den hab ich. Bin ich überheblich? Ne, ich lieb's einfach nur gegen dich zu gewinnen. Ja. Sieht so aus. Hm. So, ich bring... ...die hier. Mit Ansturm. Natürlich mit Ansturm. Wie denn sonst? Oh, jetzt ist der Einmal im Brunnen gefallen. Das tut mir aber leid. Hast du... Einmal versenkt so. Ja. Dann noch ein Totem. Mhm. Was kriegen wir denn für eins? Joa. Nicht so gut. Ja, da bräuchtest du jetzt Zauberkarten dafür, ne? Hm. Für das schon? Passt du aber nicht. Nee, leider nicht. Tja, das tut mir aber leid. Hm. Hm. Hm, dann kann ich ja die beiden Karten in der nächsten Runde ausspielen, wenn nix besseres kommt. Uhuhuhuhuhu. Mach ich mal den hier. Geh dir direkt auf die Lebenspunkte. Da scheiße ich mal drauf. So, und sagt, fertig. Okay. Okay. Ah. Entschuldigung. Nicht so laut, bitte. Das übersteuert total. Ist mir wurscht. Doch, nö. Komm. Zum Glück hast du keine mehr davon. Zwei. Zum Glück gehen nicht zwei von einem. Äh, nur zwei von einem Akkarte. So, machen wir jetzt das oder machen wir das? Machen wir das oder machen wir das? Machen wir das oder machen wir das? Machen wir das? Legt euch nicht mit Faden. Sicher ist sicher. Das war's. Ah. Aha. Hm. So. Pa, pa, pau. Mach ich den. Oh. Bring ich noch den. So. Hm. Hm. 5. Das war's. Mach draus eine Spottkarte. Oh. Ja, hilft mir weiter. So ist nicht. Meinst du? Nehmt das. Ein bisschen. Dann machen wir jetzt den hier. Dann machen wir den hier. Keine Ahnung. Ich krieg gegen dich beim Schamanen einfach keinen Karten. Zumindest nicht so, wie ich's bräuchte. Ja, ich bin weg. Ich bringe euch zur Strecke. Tschüss. Danke. Du schaffst es einfach nicht. Ne, beim Schamanen, keine Ahnung. Das hat's ja noch schlimmer ausgesehen wieder. Naja, hilft nicht. Hilft ja nicht. So. Ja, das war unsere erste Hotstar-Runde. Ja. Live auf YouTube. Live. Live ist gut gesagt. Na, und hat Spaß gemacht, gegen mich zu verlieren? Unheimlich. Das freut mich. Möchtest du nochmal verlieren? Du weißt schon, dass wir heute Daten fahren, oder? Scheiße. Nee. Ah, ja, okay. Schreibt uns mal in die Videokommentare. Spielt ihr eigentlich Hearthstone? Interessiert euch das Spiel? Und ich weiß nicht, ob MG das auch macht. Ich werde jedenfalls meinen Battle.net, den Namen in die Videobeschreibung packen. Also wenn ihr auch Hearthstone spielt, dann einfach eine Einladung schicken. Dann nehme ich das an. Muss ich nicht. Spielt ihr auch mal gegeneinander. Ich habe ja, ich habe ja dich eine Anfrage geschickt. Da sieht man ja den kompletten Namen. Ich hoffe, ja, wer spielen will, wer mich annehmen will, einfach mal anschreiben. Oder nicht anschreiben, einfach annehmen. Ich nehme alles an. Genau. Ja, das ist nicht so leicht, weil das MG Musmit reicht ja nicht aus. Also bei dir wäre es ja dieses MG Musmit Raute 2240. Genau. Bei mir wäre es halt Raute 2269. Genau. Genau. Dass du ja gerade die 69 kriegst zum Schluss. Möchtest du da jetzt auf irgendetwas anspielen? Nö. Okay. Dann ist ja alles gut. Okay. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschüss. Tschüss.